Okay, wir durch, bzw. alle mal totschießen hier. Ich sagte totschießen, danke. Alles einsammeln, was wir so einsammeln können hier. Ich weiß ja nicht so viel ist leider. Und durch. Ja, ja, kennen wir schon. Haben wir schon mal gesehen. So, hier speichern wir jetzt auf jeden Fall mal. Haben wir das letzte Level nicht nochmal machen müssen. Wey. Wey. Hallo, hallo, hallo. Guck, guck. Aua, Aua, Aua. So, den Unsichtbaren habe ich gleich. Der ist weg. Oh, der Pinky. Okay. Und gleich aufpassen vor dem schwarzen Mann und den Schädeltypen. Schädeltypen sind das Schlimmere. Glaube ich. Obwohl, wenn ich diesen großen Fettklop zwar nicht sehe, dann ist er natürlich auch sehr kacke. Dich hier erledige ich. Glaube ich. Ja, sieht gut aus. Okay. Bisher sind wir noch nicht sehr weit gekommen, leider. Aufgrund Mangelskill. So, hier geht es ja immer noch nicht durch. Hier liegt irgendwas. Nehmen wir mit. Ach, Clip ist hier die Munition für die Pistole. Verstehe, verstehe. So. Nehmen wir alles mit, was hier rumliegt. Warte mal, haben wir jetzt nicht noch irgendwo eine Ecke mit Schädeln? Oder so ähnlich? Ich weiß nicht. Wir müssen... irgendwo lang. Mein Güte, es ist aber auch verwirrend aufgebaut, du. Könnte man da durch? Oh. Okay. Gut zu wissen. So, ich muss dich aber auf jeden Fall irgendwo da hinten lang. Genau, das ist ja hier, wo wir vorhin gestorben sind. Hallo. Kuckuck. 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 Und nochmal. Hier auch nochmal, weil es so schön war. Ey, geh weg. Okay. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob ich jetzt hier richtig oder falsch bin, aber ich bin hier. Darum speichern wir mal. Gut. Und der Fall sagt mir, ich soll hier hin. Ah, scheiße. Ich glaube, ich hab sie down. Na also, Pfeil, damit meinte ich hier das Ding auf den Boden. Wie kommen sie denn so schon wieder her? Und einfach noch mehr von den Pfeil an. Weißt du, als wäre das noch nicht genug oder sowas. Einfach, weil sie es können oder sowas. Ja. Was haben wir hinter dieser Tür? Jede Menge von euch. Yay. Ich hab euch fast vermisst. Die hätte ich eigentlich schon beim letzten Mal schon gesehen. Au. Dass die mich auch immer wieder erwischen müssen. Eine blaue Tür. Bauen wir aber erst eine blaue Keycard für. Hat sich versehentlich gereimt. Es tut mir leid. So. Nein. Eine Pistole. Ist auch leer. Auch leer. Auch leer. Leck mich doch. Der ist weg. Los. Nein. Genau. Draufhauen. Und an die Waffen komme ich leider gerade nicht ran. Das ist gerade kacke. Komm. Komm. Drauf. 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 Keine Chance. Keine Chance im Nahkampf. Gut. Laden wir. Und dann. Schauen wir mal. Dass wir halt nicht die Schäde in Massen da bekämpfen, sondern vielleicht ruhig auf die andere Seite hingehen. Das ist schon krass, wie man hier teilweise mit der Munition dann sparen muss. Was ich ja nicht so gut kann. Jetzt kriege ich hier den ganzen Scheiß. Das ist ja meinet. Au. Aber ich nehme das gerne hier. Weil hier ist die Schrotflinte noch sehr, sehr gut. Auch wenn ich sonst kein Schrotflinten-Fan bin. Aber hier ist es super. Ja, komm. Hier, wo du wohnst. So. Was auch immer ich jetzt alles eingesammelt habe. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Ich weiß nicht, zu wem ich das bringen soll. Und wieso ist es einfach rum und so. So, jetzt seid ihr dran. Sehr schön. Fast alle getroffen. Ich habe weniger Schaden bekommen. Glaube ich. Hier komme ich ja noch nicht lang nach da oben. Gut, aber wir haben ja hier noch einen Weg, den wir jetzt noch nicht gegangen sind. Irgendwas hatte ich gebrutzelt. War das hier so ein Fettklops? Ja. Da liegt auch eine Rüstung. Sehr, sehr schön. Wenn ich da heile hinkomme. Heile. Danke. Okay. So. Speichern wir das auch nochmal ab. Einfach weil, dann haben wir es. Ja. Kann schon mal ein bisschen verwirren, ob man jetzt hier ähm ein Schädel gegenüber hat oder ob das eine Fackel darstellen soll. Oh komm. So. Und da haben wir die blaue Keycard. Wieso ist jetzt denn die Muni schon wieder leer? Da haben wir wieder ein bisschen was. Was? Was soll denn das jetzt darstellen? Ah, super. Ist doch immer mehr das jetzt geöffnet hat hier, oder? Ne. Aber hier müssen wir sowieso hin. Dann ist gut. Jetzt kommen wir hier lang und da ist dann wieder Teleporter. Durch da! Und Ende! Yes! Puh, okay. Na, also ihr seht schon, ne? Es ist eine ganze Ecke kniffliger als zuvor. Zumindest was das äh Gameplay an sich angeht. Nicht vom Level-Design und sowas. Aber mal gucken. Mal gucken, wo uns das Ganze hier noch hinführt. Nervig halt, dass uns ständig die Muni ausgeht. Ähm... Okay, dann konnte ich einfach durchgehen. Ich habe da echt Schlimmeres erwartet. Absolut. Hey! Ich bin kein Fast Food. Was ist mit euch hier? Und warum bewegen sich die Gedärmewände? Wir sind tot. Müssen sich nicht bewegen. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Wie fies ist das denn? So. Ah! Leck mich fett. Das ist doch echt nicht die Possibility hier. So, weiter. Bevor ich jetzt hier noch auf die Umgebung schieße. Aber ich die Umgebung dann für Gegner halte. So. Wo wir da lang gehen, erledigen wir dich hier. Nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Wir machen keine Gefangenen. Ja, wir nehmen auch keinen Medipack fest. Das ist nur eine blaue Tür, wofür wir noch keinen Schlüssel haben. Wir haben da ein Dingens. Eine Rüstung. Die ich sehr gerne mitnehme. Weil, wie gesagt, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Gerade hier in Doom. Wo ich dann einfach mal irgendwo eine Tür öffne. Oh, nett. Nehme ich. Nehme ich auch. Ich muss gar nicht, dass ich hier einfach so reingehen kann. Ich fühle mich beobachtet. Da bringen sich auch schon die normalen Wände hier. Was soll denn der Kacken-Dreck? Ja, Kacken-Dreck. Copyright bei Mammut-LP. Ähm. Ne. Ich war hier schon, ne? Stimmt, das war hier irgendwo am Anfang. Guck, guck. Der ist weg. Das heißt, wir können mal hier oben gucken, was wir jetzt hier noch Schönes haben. Da haben wir so einen Penner. Und Schalter. Ich wünsche mich mit. So, hier kann ich auch irgendwo hoch. Jetzt komme ich in ein Fleischzimmer. Und das war es auch schon mit dem Fleischzimmer. Hat mir auch schon gereicht. Ach. Okay. Das war dann wieder so ein schöner Boden, wo ich so... Ah. Schaden bekomme. Blaue hier auch. Das habe ich vergessen. Ich bin gerade schon ein bisschen so gewundert. So, ey. Ey. Ähm. Ja, hier komme ich jetzt nicht mehr hoch, ne? Das ist natürlich kacke. Komme ich denn da nie mehr hoch? Ähm. Jetzt da hoch. Das ist jetzt auch noch mit ohne Farben. Hier teilweise erkennen, ist echt... Naja, nicht so toll. Ah, okay. Hier komme ich wieder hier hin. Von hier aus komme ich irgendwie wieder ins Zentrum. Wenn ich irgendwie wieder ins Zentrum komme, ist ja schon mal die halbe Miete. So. Das geht auch hier hoch. Einfach nur mal, um zu gucken. Muss ja nicht gleich wieder irgendwo runterspringen. Obwohl ich das wahrscheinlich sollte. Aber ich weiß auch nicht. Ah. Weißt du, dann machst du einmal kurz die Map auf und dann so ein Dreck hier. Also wirklich, das geht doch nicht. Hallo. Hier geht's ja nur wieder runter, ne? Aber hier war ich noch nicht. Nee, da ist ein anderes runter. Ähm. Ah, okay. Aber. Was hat mir denn jetzt der Schaden gemacht? Können wir bestimmt auch viele keine sagen. Na, super. Okay. Gut. Ähm. Gehen wir mal hier lang. Dann machen wir mal eine scharfe Kurve. Und dann gehen wir mal hier rein. Hier waren wir auch noch nicht. Ich spreche hier mal ab. Einfach, weil ich es kann und zwischendurch mal müsste. Hier blutet es noch von den Wänden, Leute. Hier blutet es noch. Die Wände sind noch frisch. Oder reanimiert. Das kann auch sein. So. So. Wo soll das Blut sein? Ich weiß es gar nicht. Könnte sein. Könnte aber auch nicht sein. Irgendwie soll ich jetzt sagen. Irgendwie soll ich jetzt auch rüberkommen? Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht? Lauf! Ach, leck mich fett hier. Es ist nicht wahr. Hat er gerade einen Unsichtbaren gesehen? Oder war das einfach nur der Schatten und so? Ja, Raketenwerfer heben wir uns auf. Hör mal, weiß er nie. Aber zumindest kommen wir jetzt auch mal an Munition. Das ist auch sehr, sehr schön. Kommen wir sehr gelegen. Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weiter auf Tour gehen und alles nochmal durchforsten und sowas mache ich nochmal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.